In der letzten Saison haben die Kaufland-Hangry Knights Mut, Geschick und Nervenstärke bewiesen und sich in den alles entscheidenden Playoffs den Aufstieg in die Division II der Prime League gesichert. Jetzt ist es Zeit für eine neue Saison, eine neue Division und neue Erfolge. In die Battles der Division II ziehen Jäger, Master der Top-Lane, Seven Army, Jungler der Kaufland-Hangry Knights, Indeed, Legende der Mid-Lane, T-Lamp, Bot-Lane-Prodigy, Flay, Playmaker und Support der Kaufland-Hangry Knights und Skyflap, Trainer und Taktik-Profi. Das sind die Kaufland-Hangry Knights. Lasst die Spiele beginnen!